Hallo meine Lieben bei El Kitchen Jenner 2022. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Vorbereitet habe ich für heute einen leckeren Gemüse-Hackfleisch-Auflauf. Zubereitung Zutaten findet ihr in der Infobox. Die Zubereitung in einem kurzen Videoclip. Und an der Stelle danke fürs Dabeisein. Viel Spaß beim Nachmachen und würde mich über weitere Abonnenten, Like, Feedbacks auch sehr freuen. Bis demnächst. Hallo, hallo? Heute ist es ein Foto für die Zutaten. Ihr könnt euch über die Zutaten und ihr habt noch einen Foto für die Zutaten. Ihr könnt euch über die Zutaten und ihr habt noch eine Information. Ihr könnt euch über die Videobeidio sehen und wir sehen uns wieder.